Sie haben dich vor fünf Jahren entführt und dir etwas eingepflanzt. Und jetzt kommen sie zurück. Heute Nacht. Um das zu vollenden, was sie begonnen haben. Die Nacht der Entführung. Wenn du die Uhr zurückdrehen könntest, würdest du einen anderen Weg nehmen? Keine Albträume. Keine Selbsthilfegruppen. Kein Ich. Sie kommen, um dich zu holen. Heute Nacht. Sie würde nicht einfach weglaufen. Jemand hat sie entführt. Wir sehen uns um. Wir durchkämmen die Umgebung. Vielleicht hat irgendwer irgendwas gesehen. Vielleicht haben wir Glück. Das letzte Mal gesehen wurde sie heute Morgen um zwei Uhr. Verteilt sie hier? Wir müssen sie finden. Was haben sie mit mir gemacht? Irgendwas passiert mit mir! Ich muss dich beschützen, bis die Sonne aufgeht. Wieso versucht ihr mich aufzuhalten? Was hast du gesagt? Du hast mir den Sonnenaufgang versprochen! Wo wollt ihr denn hin? Gloria ist immer noch da draußen und was macht ihr? Ihr geht auf! Wieso habt ihr versucht, hr? Ihr geht nicht長? Wenn ihr habt ihr müsst. Wenn ihr seid, ist es seid, überall erwartet! Der Widerspiegel ist einiger Punkt. Wir sehen, bei einer Sitzung des Sponsoren. Wir sehen uns, wenn ihr seid. Wir sehen uns, wenn ihr seid. Wir sehen uns ja, wenn ihr seid.